...galaxien starke Magnetfelder haben. Na, wo produzieren die her? Brauchen die auch ein Saatfeld? Und die Antwort könnte sein, ja, das müsste dann auch schon im Urknall existiert haben. Und was ich hier zeige, ist eine Weltkarte sozusagen der Mikrowellenhintergrundstrahlung vom Satelliten WMAP. Was Sie hier geplottet sehen, ist nichts anderes als Temperatur, also scheinbare Temperatur entlang des Sichtstrahls, während die Amplitude hier farbcodiert ist, aber die ist nur in Größenordnung von 10 hoch minus 6, also ein Millionstel Grad, ist hier der gesamte Bereich. Und letztendlich werden diese Temperaturfluktuationen im frühen Universum, und dort ist, wo diese Strahlung, eben diese 2,7 Kelvin Hintergrundstrahlung herkommt, als Druckschwankungen interpretiert. Und alle kosmologischen Modelle haben nichts anderes zu tun, als diese Druckschwankungen, also diese Karte zu interpretieren. Und ein paar böse Sonnenphysiker haben mit das daneben geplottet, und haben gesagt, ja, das schaut ja vollkommen gleich aus, nicht? Wenn ich da diesen Teil vergleiche mit diesem Teil, das ist nicht dieses rausgezoomt, das ist die Sonne, das ist die 5 Minuten Oszillation der Sonnenoberfläche. Schwarz und Weiß ist hier nichts anderes als Geschwindigkeit. Schwarz geht es rein, Weiß geht es raus. Und wenn es hier eine Analogie gibt, ich bin jetzt der Advokatus, die ja wohl ich nicht, wenn es hier eine Ähnlichkeit gibt, dann haben wir ein Problem, weil bei der Sonne verstehen wir nicht, warum diese Druckschwankungen mit dem Magnetfeld der Sonne korrelieren. Das ist hier gezeigt. Hier ist die Zeit, 20 Jahre aufgetragen. Hier sind aus färbigen Linien verschiedenste Magnetfeld- oder Aktivitätsindikatoren der Sonne aufgeplottet. Das sind alles Messungen. Hier oben der Gesamtstrahlungsoutput der Sonne. Was weiß ich, hier der Calcium-K-Linie-Index, der 10 cm Fluss, also im 10 cm Radio-Bereich. Oder hier der Sonnenflecken-Index, also die Anzahl der Sonnenflecken. Das ist der Sonnenfleckenzyklus, der Aktivitätszyklus, schön. Und das hier ist jetzt nichts anderes als die 5-Minuten-Oszillation, so wie es aufgelöst vorher gezeigt hatte. Null bedeutet nichts anderes als 5 Minuten. Und jetzt mit dieser Aktivitätsvariation variiert auch diese Frequenz. Und wir wissen nicht, warum das mit der Aktivitätsindikatoren hier korreliert. Wenn so eine Frequenz sich ändert, dann heißt das, nachdem das nichts anderes als stehende Schwingungen sind, die wir auf der Oberfläche der Sonne in einem diskreten Spektrum sehen, dann heißt das nichts anderes, dass die Struktur der Sonne unterhalb sich geändert haben muss. Und zwar periodisch, eben mit diesen Indikatoren. Das ist noch so weit so gut, aber wenn wir bedenken, dass wir also unser gesamtes kosmologischen Weltbilder auf der Interpretation dieser W-Map-Karten basieren, dann sollten wir vielleicht auch vorsichtig werden, weil diese Interpretation kein kosmisches Magnetfeld inkludiert. Wenn Kosmologen unter Ihnen sind, Sie können die Domaten da nachwerfen, bitte. Nicht jetzt. Ich bin dann vielleicht ein bisschen aus Stellarastronom, ein bisschen schneller. Okay. Das bringt mich auch ganz konkret zu den Stellarenmagnetfeldern. Das letzte war doch ein bisschen spekulativ. Hier sind ein paar harte Fakten. Unsere Sonne ist natürlich ein Stern. Er ist der einfach uns am nächstliegendste Stern. Aber wenn ich so die Sonne anschaue, und das ist auch eine Nicht-Rivialität, dieses Bild zu generieren, aber ich kann es wunderschön auflösen. Und damit ist die Sonne einmalig. Kein anderer Stern ist auflösbar mit einem Teleskop, auch nicht mit den vielleicht demnächst noch gebauten 40-Meter-Teleskopen. Aber so schaut die Sonne aus, wenn Sie magnetischen Fluss beobachten, beziehungsweise dann indirekt sehen. Das sind also diese hellen Gebiete. Hier ist nichts anderes als nicht-thermische Strahlung am Ende. Und aufsimuliert sind diese Feldlinien hier. Das ist nichts anderes als ganz einfache, kraftfreie Magnetfelder, die der beobachteten Karte der Sonne im Hintergrund extrapoliert werden. Und Sie sehen aber dadurch schon die Struktur des Magnetfelds der Sonne. Es sind immer wieder diese Loops, wie man hier sagt. Wobei die Fußpunkte die eine Polarität sind, und wenn er schön isoliert ist, auf der anderen Seite die andere Polarität. Und nachdem die Elektronen gern von Plus nach Minus und umgekehrt gehen, beschleunigen sie von einem Ende zum anderen und können dann Schockfronten verursachen, bevor sie hier vom Dünnen wieder ins Dichtemedium kommen und alle möglichen wilden Phänomene verursachen. Das ist nur kurz das Prinzip. Das ist der Sonnenrand. Also die Sonne durchgeschnitten sozusagen an der Sonnenrand. Das ist, was wir sehen da oben. Das ist, was wir mathematisch dann auch dazu extrapolieren können, wenn wir die Fußpunkte alle in diesem Hintergrund-Image beobachtet haben. Aber darunter schaut es recht turbulent aus. Und da ist noch viel zu erforschen. Aber letztendlich, das Dilemma von stellaren Magnetfeldern zeigt sich hier oben. Hier können wir nicht reinschauen. Wir können nur da oben hinschauen. Nämlich, dass diese Felder auf der einen Seite in die rausgehen und gleich daneben reingehen. Also unterschiedliche Richtungen haben. Und wenn ich einen Stern nicht auflösen kann, dann sehe ich auch kein Magnetfeld, weil es sich auslöscht für mich als Beobachter. Auf der einen Seite geht es hin, auf der anderen geht es weg. Am Ende kommt kein magnetischer Fluss zu mir. Das ist natürlich ein Problem. Da werde ich einmal der Zent drüber hüpfen. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen dieses Bild zeigen. Das ist aus einer synoptischen Sonnenkarte. Man beobachtet die Sonne nicht nur zum Beispiel im weißen Licht oder in diversen Spektralfarben oder sogar Spektralinien. Man beobachtet die Sonne auch im polarisierten Licht. Und zwar kontinuierlich, wenn sie über den Horizont ist. Das geht über die ganze Welt. Da gibt es ganze Netzwerke. Und dieses polarisierte Licht ist ganz, ganz sensitiv auf die Geometrie dieser Magnetfelder. Und so ein Linienprofil ist hier also angezeigt. Das wäre ein Linienprofil einer Spektrallinie, also eines Übergangs eines Elektrons im Atom. Wenn kein Magnetfeld vorhanden ist und wenn dieser Übergang polarisiert wird, dann kommt es zu einer Aufspaltung in links- und rechtszirkular polarisiert beziehungsweise in lineare Polarisationen in verschiedensten Ebenen. Soll heißen, wenn Sie nur die Ebene, wo das Licht so schwingt, nicht jetzt von innen oder von innen hier gesehen, dann sehen Sie was, wenn Sie jetzt den Kopf neigen, dann mit einem gewissen Winkel zu dem und sehen Sie gar nichts. Und die kommt auf verschiedenste Ebenen daher und das müssen Sie ausfiltern. Und das entspricht der Geometrie des Magnetfelds. Weil das Photon eben mit dem Magnetfeld über den C-Mann-Effekt, wie man sagt, also interagiert. Und wenn Sie jetzt genau schauen, sind diese Linienprofile auf der Sonnenoberfläche, je nachdem, ob das Feld rauskommt oder runtergeht, einmal linkssymmetrisch, einmal rechtssymmetrisch. Und wenn man das vielleicht ein bisschen besser darstellt mit einer Farbkodierung und dann nur mehr sozusagen positive und negative Polarität darstellt, was ja rot und blau ist, und alles, was Sie von Ihren Sternen sehen, ist die Summe dieses, dann würde sich rot und blau immer auskänzeln oder annähernd auskänzeln, sodass Sie, wenn Sie mit einem großen Teleskop oder einem Spektrografen hingehen und den Stern messen möchten, gar nichts sehen, obwohl das Ding enorm magnetisch aktiv ist. Also was Sie brauchen, um stellare Magnetfelder zu messen, ist, Sie müssen den Stern, die Sternscheibchen auflösen. Das können Sie direkt nicht, aber es gibt eben indirekte Methoden, clevere Methoden, die man sich im Kämmerlein ausdenkt und dann anwendet. Und so eine Methode heißt Doppler-Domographie, ganz ähnlich der medizinischen Computer-Domographie des Hirnkastels, aber hier ist der Stern das Hirnkastel sozusagen und der Apparat herum ist mein Teleskop und mein Spektrograf. So ein Spektrum sehen Sie hier, Wellenlänge, das ist ein Bild eines sogenannten Echelle-Spektrums, die dunklen Linien sind diese einzelnen Spektrallinien, wie ich vorher schon erwähnt hatte, und so eine Spektrallinie, einfach nur rausgenommen, das passiert bei jeder hier, nur eine rausgenommen und in einer kleinen Simulation gezeigt, schaut so aus, und der Stern, wenn er an einem Fleck ein Magnetfeld hat hier, würde er dann sozusagen dunkler erscheinen, weil ihm dort die Kontinuumstrahlung fehlt und in einer Spektrallinie würde es diesen Hügel erzeugen. Und wenn der Stern rotiert, wandert dieser Hügel auch schön mit dem Doppler-Effekt mit. Und wenn Sie den Stern sozusagen über die ganze Rotation beobachten, die Sonne hat 27 Tage Rotationsperiode, wenn Sie den 27 Tage kontinuierlich beobachten, dann können Sie aus diesem Spektren die Oberfläche rekonstruieren mit einem mathematischen Verfahren. Das funktioniert. Die Daten möchte ich nur einmal so hinwerfen. So schauen die Daten wirklich aus, die Sie am Teleskop bekommen. Hier ist das erste Spektrum, dann hat der Stern ein bisschen rotiert, dann haben Sie das zweite aufgenommen, dann hat er wieder ein bisschen rotiert, dann das dritte aufgenommen, und das haben Sie 64 Mal zusammengebracht bei einer Rotationsperiode von Stern von etwa 1,4 Tagen. Das ist das Sigma Corona Borealis. Da haben Sie in dem Fall schon ziemlich viele Nerven abgelegt, weil wenn eine Wolke kommt und Sie dann nichts sehen, dann haben Sie da eine Lücke drin und Ihre ganze Rekonstruktion funktioniert nicht. Und dann dürfen Sie wieder einen Antrag schreiben, damit Sie nächstes Jahr wiederkommen dürfen. Wenn Sie denn das Geld kriegen, damit Sie hinfliegen können. Astronomen bauen ihre Sternmatten immer irgendwo in die Botanik, nicht? In Hawaii oder in Chile und so irgendwo. In die Antarktis aber mittlerweile. Okay, hier sehen Sie das Canada-France-Hawaii-Teleskop mit einem hoch aufgelösten Spektrografen, mit dem das möglich ist, mit dem auch diese Messungen durchgeführt werden. Und das ist jetzt das Bild aus den Daten, die Sie gerade vorher gesehen haben. Es ist ein Doppelsternsystem, zwei gleiche Sterne, zwei sonnenähnliche Sterne. Und das Lustige an diesem Resultat ist, dass beide Sterne eine helle Hemisphäre und eine dunkle Hemisphäre haben. Und zwar in die Richtung, wie sie sich um den gemeinsamen Schwerpunkt drehen. Und zwar so, dass eben die hinten nachhinkende Hemisphäre heißer ist, als wie die davorliegende. Also wenn Sie durch den Nebel rasen, nicht mit dem Auto oder was immer, dann haben Sie auch, also wird es vorne hell, Und wenn Sie nach hinten schauen, wird es dunkel, nicht? Vor allem, wenn Sie aufblendet haben. Hier ist es aber nicht so ein Effekt, aber es ist nur schematisch zu sehen so. Die Magnetfelder werden hinten nachgezogen sozusagen. Und nach den Magnetfeldern nicht einzelne Feldlinien sind, wie wir uns das mathematisch so vorstellen, sondern ganze Flussröhren. Da wird die Masse in diesen Flussröhren, also freie Elektronen, auch freie Protonen, hier zu den Enden strömen. Und wenn sie wegströmen, dann bläht sich diese Flussröhre dort, wo es wegströmt, auf. Dadurch kriegt es einen Auftrieb und wird heißer. Und vieles mehr. Also ein Riesenstern. Zeta Andromeda. Ich kann Ihnen Sie wunderschön mit dem freien Auge anschauen. Es ist ein K-Riese. 4.500 Kelvin heiß. Was Sie sehen, ist eine Beobachtung. Das ist keine Computersimulation hier an der Oberfläche. Das Punkt schon. Das ist aber wirklich auch der Sekundärstern dieses Doppelsternsystems, den man aber im Spektrum gar nicht sieht. Und bitte, das ist auch nur Show hier im Hintergrund. Aber das ist tatsächlich Beobachtung. Farbe ist hier Temperatur. Schwarz ist kühl, weiß ist heiß. Bereich plus minus 500 Kelvin. Und bemerken Sie zum Beispiel diese dunklen Flecken hier. Oder auch, wenn das Stern vorbeikommt, dass der den da irgendwie aufzuheizen scheint. Nur das kann nicht sein, weil der ist viel zu massearm, als dass er den aufheizen kann. Er ist zwar etwas heiß, aber das würde der nie schaffen. Wir vermuten eher, dass hier eine Magnetfeldverbindung besteht zwischen den beiden Sternen. Und dass wieder entlang von Flussröhren hier Materie entweder abströmt oder zufließt. Andere Überraschungen, ohne dass Sie jetzt wirklich hier aufs Detail eingehen, was Sie hier nur sehen, ist eine sogenannte Kreuzkorrelationskarte von zwei hintereinander aufgenommenen Dopplakaten, die Sie vorher gesehen haben, zu zwei verschiedenen Zeitpunkten. Dann kreuzkorrelieren Sie diese Karte im Computer. Und wenn die vollkommen identisch sind, dann ist die Kreuzkorrelation immer null. Dann ist sie immer gleich so, wie Sie es hier sehen. Wenn die aber nicht gleich sind, dann sehen Sie hier eine Verteilung. Und zwar in dem Fall ist es so, dass wenn die Korrelation sehr gut ist, dann ist es schwarz. Ah, Entschuldigung, umgekehrt ist es weiß. Wenn die Korrelation schlechter wird, wird es schwarz. Und was Sie dann dazu finden können, Sie sehen, also wenn die Korrelation, wenn jetzt zwei gleiche Karten werden, dann haben Sie einfach hier eine Gerade. Das ist sozusagen die Verschiebung, wie viel die zwei Karten, wenn Sie so ein Mercator-Projekt haben, wie viel müssen Sie die hin und her schieben, sodass Sie genau übereinstimmen. Oder eben am besten übereinstimmen. Und auf diese Achse ist einfach nur die Breite auf der Kugel aufgetragen. Also Äquator ist null hier. Es wäre der eine Pol oben, der andere Pol hier unten. Den sehen Sie allerdings nicht. Okay, aber was zeigt sich hier? Es zeigt sich, dass die Verschiebung optimal wird, wenn ich jede einzelne Breite unterschiedlich verschiebe. Und in der Tat, genau diese Kurve, die hier gezeigt ist, ist das solare, differenzielle Rotationssignal. Einfach von der Sonne übernommen. Die Punkte sind die Beobachtung von diesem Stern und die strichlierte Linie ist einfach nur ein Sinusquadrat-Deta-Fit, so wie wir es bei der Sonne sehen. Und die Sonne rotiert am Äquator schneller wie an den Polen. Das war mit einem Unterschied von etwa vier Tagen. Und dieser Stern macht genau das Umgekehrte. Der rotiert am Pol schneller. Warum, wissen wir wirklich nicht. Es gibt Varianten von Dynamo-Modellen, die das erlauben. Aber es ist nicht ganz klar, zumindest nicht bei einem Riesenstern. Also Überraschungen sind noch da. Auch das ist eine Überraschung, obwohl es auf den ersten Blick nicht so ausschaut. Aber die größten Skalen sind richtig hier. Das ist ein Sternfleck in der Größenordnung und 20 Mal so groß wie die Sonne selbst. Und Sie sehen, ich habe da ein Bild der Sonne reinkopiert in der aktivsten Zeit, nämlich da im April 2003 herum, wo sogar ein Sonnenfleck zu sehen ist. Dieser Sternfleck ist 20.000 Mal größer wie der größte je auf der Sonne gesehene Fleck. Und wenn es ein Magnetfeld ist, und auf der Sonne können wir es beobachten, dass Sonnenflecken Magnetfelder sind, dann müsste dieser Fleck ein riesiges Loch im Stern sein eigentlich. Und zwar in seiner Atmosphäre oder Konvektionszone. Wenn also diese Vorstellung der solaren Analogie überhaupt gilt hier. Der Fleck ist allerdings so groß, dass diese Asymmetrie, Sie können sich so ein Apfel vorstellen, in dem reingebissen wird, den Stern sogar aus dem hydrostatischen Gleichgewicht bringen würde. Nachdem das nicht der Fall ist, sonst würde er nicht mehr existieren, ist die Sache wahrscheinlich komplexer. Man vermutet, dass das also nicht ein homogenes Magnetfeld ist, sondern dass das einzelne Magnetfelder sind, also einzelne Flecken sind. Aber es sind noch Überraschungen da. Auch bei ganz, ganz jungen Sternen. Hier ist ein Stern, der gerade im Entstehen ist. Oder sagen wir mal so, der gerade kurz entstanden ist, vor kurzem entstanden ist, der hat noch eine Scheibe herum. Sie sehen hier eine Doppelkarte, so eines Sternes. Und dahinter eine Simulation mit einem magnetostatischen Akkretionsmodell. Das sind die Magnetfeldlinien. Und das ist hier die Dichte. Also Sie sehen hier den innersten Rand der Scheibe. Und die Materie stürzt sozusagen entlang der Magnetfeldlinien auf den Sternen. Und was wir hier beobachten konnten, sind die Impactregionen von dieser Akkretion, die also entlang des Scheibenmagnetfelds hier stattfindet. Eigentlich aber, wenn ich so das lange rede und verschiedenste Sterne aus dem Zoo des Universums hier zeige, eigentlich möchten wir sonnenähnliche Sterne oder Sonnenzwillinge am besten so untersuchen. Vielleicht auch dann mit Planetensystemen, wenn wir sie denn kennen. Eigentlich möchten wir das in Richtung einer zweiten Sonne machen. Das ist ein Stern, ein G2-5-Stern, also wie unsere Sonne, nur dass sie nicht 25, 27 Tage rotiert, sondern 2,7 Tage im Alter von etwa 100 Millionen Jahre anstelle von 4,5 Milliarden Jahre. Also eine ganz, ganz junge Sonne ist auch der hellste dieser Sterne. Und da können wir dieses Doppler-Imaging anwenden. Hier ist wieder Farbe, Temperatur. Aber eigentlich möchten wir solche Sterne im polarisierten Licht ansehen. Im polarisierten Licht spektroskopieren, um damit die Geometrie des Magnetfelds, so wie bei der Sonne, herauszurechnen. Auf die Folie möchte ich Ihnen nicht eingehen. Ich zeige sie aber trotzdem, weil ich einfach, wenn wir entwickeln einen Code, der all das tun soll, und wir haben eine erste Anwendung, die ich Ihnen gleich zeige, aber ich bin so stolz auf unsere Abkürzung. MLPCA, MLPCDI-Code ist das magische Wort. Und das ist nichts anderes als ein Multi-Line, Principal Component Analysis, Multi-Layer Perceptrons, zu jemandem, Doppler-Imaging-Code. Das ist ein Code, der auf einem neuronalen Netzwerk basiert, der aber auch in der Lage ist, Spektren zu ko-addieren, ohne dass er gewisse Annahmen dabei macht. Und hier ist sogar ein Resultat. Das ist noch nicht einmal in Druck, ist also noch frisch, kann also vollkommen falsch sein, aber nichtsdestotrotz ist es ein schönes Bild. Das ist ein aktiver Stern, II Pegasi, ist ein Unterriese, ein K2-Unterriese, hat eine Rotationsperiode von etwa vier Tagen, und die Spektren über diese vier Tage wurden am Nordical Optical Telescope in La Palma aufgenommen, und zwar im polarisierten Licht, aber in dem Fall leider nur im zirkular polarisierten Licht. Stokes V, wie das da schön heißt, ist nichts anderes als die Differenz zweier Spektrallinien, einmal im links zirkular polarisierten, einmal im rechts zirkular polarisierten und dann durchs Kontinuum durchdividiert. Aber es zeigt uns hier in Farbe die Magnetfeldstärke und wiederum mit der Pfeillänge oder der Ausrichtung und die Geometrie. Und wir können da ein kleines Filmerl machen, das sehen Sie aber natürlich auch nicht viel mehr. Sie sehen letztendlich hier magnetischen Fluss. Es gibt hier Zonen, wo sehr viel rauskommt, wieder Zonen, wo weniger rauskommt. Was wir aber sofort sehen, erstens, es sind recht starke Felder, die aber sehr lokal sind. Aber in der Ausdehnung viel, viel größer wie das, was wir auf der Sonne sehen. Wo wir eigentlich hinwollen, ist das. Das ist, Sie sehen jetzt noch einmal, das ist Stokes Karte hier, also Stokes V-Profil und sozusagen die Oberflächenverteilung des Magnetfelds. Das nimmt man jetzt als Randbedingung her, um so ein kräftefreies Feld, ein Potenzialfeld dazu zu extrapolieren sozusagen. Man kommt aber drauf, dass eigentlich hier, wie in diesem Fall, das ist der Stern Abedoradus, 90% der Feldlinien offen sind. Die schließen sich also nicht am Stern selbst, sondern irgendwo in der Umgebung. Und nur die wenigsten Linien sind geschlossen. Sie sehen da ein paar komische durch die Gegend wandern. Was das aber für den Stern heißt, offene Feldlinien, respektive der Oberfläche zumindest, können Drehimpuls abtransportieren, können geladene Teilchen eben im Magnetfeld beschleunigen und dann abführen, Masse abführen. Also der Massenverlust ist in dem Fall auch Drehimpulsverlust. Und das erklärt auch, warum Sterne, sobald sie die Hauptreihe erreicht haben, abgebremst werden. Einen Catch gibt es immer. Das ist leider so. Die sind alle nur im Stokes V-Licht gemacht. Diese Karten. Und das ist eine Simulation, die wir vor kurzem gemacht haben. Das ist ein Computerstern, nichts anderes. Aber was Sie hier drauf sehen, sind nicht nur zwei Flecken, einfach Temperaturunterschiede, sondern das sind beobachtete Magnetogramme, und zwar sogenannte Vektormagnetogramme, mit einem Sonnenvektormagnetograph aufgenommen von einem Sonnenfleck. Also wenn Sie das reinzoomen, da sehen Sie, jeden Bildpunkt hat ein Dreibein mit den drei Vektorkomponenten des Magnetfeldes. Und jetzt können Sie wieder simulieren, wie Ihre über die Scheibe integrierte Linienprofile ausschauen. Viel Rechenzeit, viele Formeln. Und das ist wieder hier ein Diagramm des Integrallichtes. Sie sehen wieder, wie unser Hügel durchwandert, über den Doppler-Effekt. Das hier unten ist dieser Stokes V-Linienprofil, das wir bis jetzt eigentlich ausschließlich in der Lage sind zu verwenden. Aber jetzt schauen Sie, in den Stokes U und Q, das sind die Parameter, die die lineare Polarisation beschreiben, was sie da alles tut. Hier polt sich das Ganze sogar um, von positiv auf negativ, wenn es durch den Zentralmeridian hier durchgeht. All diese Informationen schweißen wir schlicht und einfach weg, beziehungsweise wir können kein Instrument, oder wir haben noch kein Instrument zur Verfügung, das uns diese lineare Polarisation beobachten lässt. 0,1% des Sonnenlichtes sind zirkular polarisiert. Und ein Zehntel davon ist linear polarisiert. Wenn Sie die Sonne beobachten, mit so einer spektralen Auflösung, die Sie hier brauchen, haben Sie zu wenig Photonen. Wenn Sie einen Stern beobachten, geht es einfach nicht mehr. Also, was tun wir? Neue Instrumente bauen, nicht? Und da ist wieder meine Connection zur Wirtschaft. Es ist nicht so, dass man den Auftrag an die Wirtschaft vergeben könnte, nicht so auf die Orte, jetzt baut man das einmal. Er verzweifelt dann mit dem Wissenschaftler natürlich. Aber es wird derzeit das wohl weltgrößte Teleskop gerade in Betrieb genommen. Und zwar ist es das weltgrößte Teleskop auf einer einzelnen Montierung. Das ist das Large Binocular Telescope im Süden von Arizona. Und Deutschland ist 25-prozentiger Partner bei diesem Unterfangen. Und das sind hier zwei Spiegeln auf einer Montierung. Jeder Spiegel hat 8,4 Meter Durchmesser. Das ist eine Gesamtfläche von einer schönen Zwei-Zimmer-Wohnung, die allerdings nichts anderes zu tun haben, als Photonen zu sammeln und sie dann letztendlich zu einem Instrument zu liefern, wo sie dann Analyse machen können. Und dieses Instrument heißt Pepsi. Es wird leider nicht gefördert von Pepsi. Das war erfolglos. Aber nice try, nicht? Pepsi ist ein Spektropolarimeter mit hoher Auflösung, kann also genau das polarisierte Licht von punktförmigen Targets in feinste Wellenlängen zerlegen. Und zwar mit einer Auflösung, wie sie sonst nur bei der Sonne möglich ist. Pepsi hat zwei Polarimeter, die hier im direkten Fokus der beiden Spiegel liegen und im Keller unten einen Spektrografen. Und über Faser, Lichtleitfasern, wird das Licht, also vom Fokus des Teleskops, in den Spektrograf geleitet. Das ist das Engineering-Modell des Spektrografen. Darüber können wir uns tagelang unterhalten. Es ist kompliziert, kostet eine Menge Geld. Es hat das größte Gitter, das die Menschheit je hergestellt hat, also ein Echelle-Gitter drinnen. Das ist ein 80 cm langes sogenanntes Echelle-Gitter. Hier werden einzelne Ritzen reingemacht, und zwar in einem Abstand von größenordnungsmäßig also pro Millimeter etwa 100 solcher Ritzen. Und jede dieser Ritzen, ich weiß nicht, ob das Wort existiert in Deutsch, Spalte oder Kerben oder wie immer, hat auf der einen Seite eine Reflexionsfläche, die poliert wird. Das ist alles natürlich im Mikrometer-Bereich. Und diese Ritzen reflektieren das Licht in verschiedene Ordnungen, verschiedene Spektren. Und sozusagen eine Linie geht von da oben bis da unter. Und im Nanometer-Bereich muss die Genauigkeit sein, eben von da oben bis da unten. Und das ist nicht so einfach herzustellen. Und es gibt auch nur in dem Fall jetzt eine Firma in der Welt, die das kann. Und entsprechend kostspielig sind die Dinge. Und werden also dann eingebaut in einen Spektrografen, der also Temperatur und Druck stabilisiert wird. Darf Ihnen nur zurufen. Wir haben im Keller vom Large Binocular Teleskop, da oben, also da ist alles Beton natürlich, ein Seismometer, wo wir also messen, wie weit also hier Erdstörungen und so weiter auftreten. Und ein Signal auf diesem Seismometer macht ungefähr die Größenordnung, also das wird gemessen, ich sage es Ihnen gleich, was es ist, das wird gemessen, und macht ungefähr die Größenordnung der Radialgeschwindigkeitsstabilität, die man braucht, um genau diese Messungen zu machen. Das ist ein Meter pro Sekunde. Das ist etwa ein Tausendstel eines Pixels auf Ihrem CCD-Detektor. Und was wir also gemessen haben, das genau in der gleichen Größenordnung liegt, das sind die Wellen in Kalifornien, die an das Ufer platschern. Und das ist in der Fafenberg auf 3.150 Meter Söhe in Arizona. Sie kriegen so ein bisschen eine Vorstellung, wie stabil Sie Ihre Instrumente dort halten müssen. Und auch die Optik natürlich. Oder auch die Detektoren, die übrigens auch die größten der Welt sind, mit einem Format, das schon die Größenordnung aussehen, wenn Sie einen PC zu Hause haben. Eines dieser Bilder hat 240 Megabyte, wenn es rauskommt. Und man macht etwa 10.000 in der Nacht. Der Spiegel ist auch nicht ganz klein. Es ist der größte von Menschheit jemals hergestellte einzelne Optik mit 8,4 Meter. Es gibt keine größere Optik. Die Keck-Spiegeln des Keck-Teleskops sind einzelne hexagonale Elemente. Aber hier ist es die größte Optik, die jemals von der Menschheit hergestellt wurde. Und die muss natürlich auf den Berg transportiert werden. Und auch ins Gebäude rein. Man kann da immer nur hoffen, die Architekten haben richtig gerechnet, wenn man oben ankommt. Und auch beim Anbringen zum Teleskop. Es ist alles also dort natürlich Maßarbeit. Und dann gibt es noch auch Momente, wo die Astronomen durchaus einen Herzinfarkt kriegen dürfen. Obwohl sie es gerade nicht beobachten und nichts entdeckt haben, wie es am LPD war. Es hat einen Blitzeinschlag, also zwei Blitzeinschläge hat ein Feuer ausgelöst. Und die ganze Umgebung des Teleskops, 200 Millionen US-Dollar, also 150 Millionen Euro, waren ganz ziemlich gefährdet. Und wenn man da sitzt, vorher gerade sein Instrument versucht zu installieren und dann mal beim Fenster rausschaut und sagt, ups, dann wird es schon verdächtig. Bemerken Sie diesen schönen bewaldeten Hügel da hinten. Das ist eine Aufnahme vor etwa einem halben Jahr. Davon ist leider nichts mehr zu sehen. Der ist ziemlich ziemlich kahl. Aber nichts ist passiert. Steht. Es sind beide Spiegel drinnen. Es wird mittlerweile sogar eine wissenschaftliche Beobachtung mit einer sogenannten Prime-Fokus-Kamera gemacht. Und das Teleskop steht bei Fuß sozusagen. Und bei Astronomen ist es leider so, oder Gott sei Dank so, dass alles, was groß ist, schön ist. Sie sind da im gesellschaftlichen Leben vielleicht ja nicht so, nicht, aber sei es Matters in dem Fall, hier ist das Brandenburger Tor und das Gebäude des Teleskops in der richtigen Größenordnung. Und damit bedanke ich mich für die lange Aufmerksamkeit. Vielen Dank.